Wie soll man fasten? Viele Menschen fragen sich das gerade auch in der Fastenzeit. Schaut man ins Internet, dann findet man da viele Anleitungen, Bemerkungen, Kommentare. Aber auch die Bibel hat dazu einiges zu sagen. Der Prophet Jesaja schildert im 58. Kapitel einen Dialog zwischen Gott und dem Volk, in dem es genau darum geht. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum tun wir Buße und du merkst es nicht? Darauf antwortet Gott, obwohl ihr fastet, gibt es Streit und Zank und ihr schlagt zu mit roher Gewalt. Das ist dein Fasten, wie ich es liebe, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die Obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden. Ich finde es bemerkenswert, was Jesaja da berichtet. Fasten ist mehr als nur der Verzicht und die Einschränkung bei Nahrung und Genussmitteln. Es kommt darauf an, sich Gott zuzuwenden. Es kommt darauf an, wie wir miteinander umgehen, liebevoll miteinander umzugehen. Und es kommt darauf an, den Armen, den Schwachen, Kranken, dem Hilfedürftigen zu helfen. In diesem Sinne wünsche ich uns ein frohes Zugehen auf Ostern. Vielen Dank.